Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 1 zusammen mit Felix und den schweigenden Fokker immer noch ich würde sagen, wieder C, wa? Ich glaube, wir sind gerade eigentlich gut reingegangen. Ich sage jetzt, wir werden zu vorbereiteter sein. Ich merke immer noch das Schadensmodell von überhaupt, ja, ganzen Map und so. Von überhaupt Battlefield. Das ist alles kann zerstört sein. Der liegt da. Ich habe es vorhin. Wir haben ein Satzziel, Albert, erobert. Frau Kartenbefehl angefordert Felix. Ich habe schon Chat gelesen. Wohl, der Klinik-Kart oben. Wir haben Klee B, ne? Und C ist auch schon gut. Aber das ist schon nicht bei B. Wir machen jetzt B hier. Ich komme jetzt rein. Ich komme jetzt rein. B haben wir, er ist nur noch zu C rüber. Wir haben das eine. Ich bin tot. Ich habe ihn gekillt. Wir müssen jetzt nur noch zu C rein, Jungs. Das schaffen wir. Easy. Dann haben wir noch einen Sektor. Den machen wir dann nur noch. Dann müssen wir bloß auf die Flugabwehr aufpassen, weil da haben die einen Haufen. Dann geht das eigentlich. Geh jetzt vollkommen klar. Wie kann das bitte sein? Dass ich eher anfangen zu schießen und er mich itzel wegknallt. Wichtiges Spiel, man schmeckt verachte. Und nicht verstehen kann. Ich versuch's jetzt nochmal, da wo der Rest von euch ist, oben auf der Mauer. Ich versuch's jetzt nicht selbst. Braucht jemand erste Hilfe? Zieh mir die Wunde mal an. Ich versuch's der Granate. Ich glaube, so wenig verlieren wie noch möglich. Wow. Ich spawne und krieg eine Granate ins Gesicht. Das ist doch ein Witz. Oh, Mann. Kommt, Jungs. Sammeln und angreifen. Voll am Snipern. Ja, der Bob. Ich krieg wieder nichts ab. Hier, erste Hilfe. Prost scheiden. Damit kommst du auf die Beine. Hier, erste Hilfe. Ich flicke dich zusammen. Hier, erste Hilfe für dich. Von hinten gepusht. Scheiße, dieses Spiel. Er kommt von hinten auf immer ihren Gang lang und lässt sich abknallen. Und dann nächster. Eilen. Eilen. Jetzt hol die Uhr wieder. Und egal, wie ist das bei B drin. Solange ich C abknallse. Egal. Erste Hilfe, nehm schon! Hier, Mann. Erste Hilfe. Er ist hier gerade ein Luftschiff abgestürzt. Ja. Wir haben nur B, Jungs. Wir haben B, wir haben B. Easy. Kommt. Keiner. Verluster. Ich helfe dir. Hallo. Ich helfe dir. Er ist für Hilfe. Er ist für Hilfe. Wir haben den Sektor gesichert. Er ist für Hilfe. Er ist für Hilfe. Er ist für Hilfe. Du warst auf 1 zu mir, Jörst. E-Beg. E-Beg, falls du mich Jörst. Los. Da würde ich dann hören. Panzer ist ob. Vor allem ich sterbe und krieg danach erst die Explosion ab. Erste Hilfe. Das ist völlig Unscherz. Noch jemand Erste Hilfe. Kommt, wir machen das jetzt ohne noch ein Bataillon zu opfern. Felix, bei mir join ist eigentlich so die schlimmste Idee, die du hast. In dem Fall, wenn du leben willst, ist das dümmster. Ge-kniped. Ich hasse die Spieße. Wir bräuchten eigentlich mal einen Flieger und dann müssten wir hinter die B fliegen. Da rausspringen und dann uns da alle joinen. Und dann hätten wir so eine... Eigentlich schon... Das letzte werden wir sie von A abziehen. Es ist schon wieder so, ich schieße. Und es wird erst nachträglich gezeigt, da stehen überhaupt Treffer rum. Die sitzen alle da an dem Ding, wenn wir da durchwollen, können wir nicht über den Ding, äh, kann man da nicht rübergehen. Das ist sinnvoll. Das ist Selbstwort. Felix, wenn du tot bist, bei mir join, am besten mit was bewaffneten. Also mit was, nicht aus der Ferne. Das ist... Wenn du tot bist, bei mir join, wenn fuck, es hört auch. Ja, ich nehme jetzt an die nach. Das ist mir egal. Äh, Nebel. Und ich sehe keine Weltkastung. Und mit der Pistole rumrennen ist genauso effektiv, wie wenn ich nichts mache. Ja, ein Panzer. Einfach durch. Das ist mir egal. Einfach den Panzer vorbei in Richtung B. Wir machen genau das selbe. Ich mache den Panzer vorbei. Ich schlafe den Panzer und vorbeischlaufe. Ja, wir tun jetzt von A weglocken, weil wir B haben. Und wenn sie B nicht schalten, können wir ja von hinten auf A. Das war ja ein scheiß Panzer. Ich bin tot. Lebst du noch? Bitte sag, dass du noch lebst. 50% unserer Truppe. Ich weiß nicht, ob das gereicht hat. Es kann ja genug Ablehnung für A gewesen sein. Ja, unsere Mates mal klug gewesen. Wird mehr gebraucht, Felix, glaube ich. Wir hätten uns am besten so vermehren müssen, dass wir nur Leute gehabt hätten, die jeweils irgendwo in der Ecke hocken, damit neue von uns hinterherkommen hätten können. Das hatten wir leider nicht. Nur mal so, der schwere Panzer, ne? Der steht an unserem Tor. Genau zu uns. Wir wollen grad B. Wir wollen B. Druck auf A. Und wenn sie versuchen B sauer, also wenn wir B einnehmen, müssen wir Druck auf A machen, dass sie hier. Ich kann den Typen nicht mehr ausspießen, da bin ich eher, ja, weil sie zu zweit aufm schießen. Wir müssen trotzdem mal... Focke bleiben. Ah, den Druck erhöhen. Bist du denn bitte? Bist du auf B oder was? Ne. Schade. Okay, komm. Lauf, ich geh dann auf schwerer Band. Ich bin tot. Müsste brauchen B. Ja, genau so bist du irgendwie bei... Ne, ne, bist nicht übernimmt. Kugel nimmt grad A ein. B. Ah, wir haben beides. Nice, draufgab. Das war die Ablängung, die ich wollte. Ich werde nicht erwartet, vorsicht jetzt. Hinter mir. Die hacken hinter uns. An unserem Spot. Ne, das ist doch so eine. Hey. Jetzt doch. Da ist jemand groß zu. Komm, A, Jungs. Oder B, ist mir scheißegal. Hauptsache, wir haben eins von beiden. Dann müssen sie, dann haben sie noch einen Spot und müssen sich von zwei Seiten bewähren. Hier vor dem Beides. A und B. Hey, das ist das. Okay, Felix, ne? Dein dritter Trupp, den hier noch auf dein drittes Bataillon, was ich noch verlassen wollte, das wird wahrscheinlich geschehen. Ich will mich erklären, wie ihr jetzt noch A sichern könnt. Gormis. Ja, wir brauchen ja, wir müssen als dritte nehmen. Ja, noch eins für den Wald, ne? Ja, oben ist A, oben ist A. Wir haben A, glaube ich, safe. Wenn wir jetzt gut arbeiten, haben wir A. Wir sind jetzt so viele hier. Wir dürfen nur nicht drückschlagen lassen. Ja, wir haben A. Wir haben Einsatz zu Albert F. B. B. Ich könnte den Ring wegnehmen, ne? Ich habe euch ein Problem, ne? Er hat mich vom... Ah, let's go. Okay, wir verlieren doch das Bataillon. Aber wir haben wenigstens... Ah, guck mal, wir haben wenigstens gezeigt. Wir sind präsent, wir schaffen es, einen ganzen Spot einzunehmen. Und auch, wenn es zu einer Widerstand ist. Ich krieg dich wieder hin! Na, Klassenrahmen! Sanität... Oh, schade. Dann wollte ich erst mal sagen, hier endet die Folge von Battlefield 1. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal und tschüss.